Fürstin Karlenne, bei diesem Termin sie ihre Mutter liebe. In Monaco haben die Feierlichkeiten zu Sainte Defote begonnen. Um der Schutzpatronin zu gedenken, wird traditionell ein Schiff angezündet. Das durften in diesem Jahr Fürstin Karlenne. 45, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriela, beide 8, übernehmen. Fürst Albert. 64, war aufgrund seiner Corona-Erkrankung verhindert. Die Zwillinge haben sehr viel Spaß an der Zeremonie, und werden dabei auch ein wenig übermütig. Doch Mama Karlenne hat ihre Knirpse immer im Blick und greift rechtzeitig ein. Im Video sehen Sie den Beschützerinstinkt von Karlenne. Verwendete Quelle, Instagram.com Verwendete Quelle, Instagram.com Verwendete Quelle, Instagram.com